Musik Schlesien ist heute in Polen. Früher gehörte das Land zu Preußen und später zum Deutschen Reich. Mitte des 19. Jahrhunderts fuhr in Schlesien die erste Eisenbahn, schon 1914 die erste E-Lok. Wir laden Sie ein, uns in vielen historischen Filmszenen und Bildern durch die Geschichte der Bahnen in Schlesien zu begleiten. Sehen Sie den heutigen Betrieb bei den polnischen Staatsbahnen. Fahren Sie mit in Dampf-Sonderzügen, die an alte Zeiten anknüpfen. Noch ist die preußische Vergangenheit an vielen Orten deutlich erkennbar. Kommen Sie mit auf Spurensuche in die preußische Bahngeschichte. Der Kalt der Erditionsbehörden Boarder Der Kalt der Erditionsbehörden Der Kalt der Erditionsbehörden Untertitelung des ZDF, 2020